Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Heyday Farmen bewerten. Wir bewerten heute wieder 10 neue Farmen, geben dir eine Note von 0 bis 10, 0 schlechteste, 10 beste und jeder hat die Chance etwas zu gewinnen. Nicht jeder gewinnt was, aber jeder hat theoretisch die Chance auf einen Preis. Supercellbox, Kuscheltiere sind da drin und vieles, vieles mehr, was es hier zu gewinnen gibt. Deswegen, wenn ihr mitmachen wollt, Link in der Videobeschreibung von YouTube, einfach draufklicken, anmelden, dann der Farmen mir eine Anfrage schicken und dann seid ihr dabei. Genau, genau so sieht es aus. Und genau, wir fangen an mit Stark Tower Level 60. Hat hier einiges dekoriert? Finde ich auch ganz nett. Ist jetzt noch ein bisschen viel durcheinander, ganz viele verschiedene Zäune, verschiedene Dinger. Ich glaube, da hat er noch nicht so ganz seine Dekorationsstrategie gefunden. Ich bin halt immer der Fan davon, nicht so viele verschiedene Wege, Zäune zu machen, auch nicht so viele Nutzbäume damit reinzubringen. Ich meine, klar, man muss die irgendwo hinstellen, aber schönheitsmäßig sieht es natürlich nicht so geil aus. Ich finde auch noch, du hast sehr viele Lücken noch hier drin. Nicht, dass du deine Farm ganz vollstellen musst, aber so ein bisschen, dass man weiß, wo es lang geht, wäre schon schöner hier bei der Farm. Deswegen gebe ich dir für deine Farm eine 3 von 10. Flower up your life, Level 72. Oh her, was ist hier denn los? Ganz viele Wege, äh, Felder mit Honigbüschen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Ich glaube eher nicht, weil es total eintönig ist mit den Honigbüschen. Ich meine, ich finde es cool, dass es so ein Querweg ist. Ich glaube, wenn alles ausgewachsen ist, sieht es besser aus. Ich glaube, ich habe jetzt hier einen scheiß Zeitpunkt erwischt. Aber, naja, ist auf jeden Fall interessant, sagen wir es mal so. Die Brombeerbüsche finde ich da zu viel, die passen da irgendwie nicht so stylmäßig hin. Denn hier finde ich es zu Nutzbäumenartig mit den Kirschbäumen, mit den Apfelbäumen, Brombeerbüsche. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, da fehlt halt ein bisschen Deko, obwohl du viel Deko hast. Aber ich glaube, die Nutzbäume brauchst du da gar nicht, dass es hier ein bisschen besser aussieht. Aber nichtsdestotrotz finde ich es hier ein cooler Tierbereich, den man den Tieren auch mal gönnen kann. Ja, bei den Nutztieren hast du weniger dekoriert, ein Weg dazwischen, Gebäude mit Blumen noch umrandet. Was macht das hier? Das sieht sehr random aus irgendwie. Sehr random. Hier noch Gebäude, Nutzbäume. Den Bereich hier finde ich cool. Ein kleiner lunarischer Gartenbereich. Hat was. Und hier ist noch gar nichts. Ja, Flower Up Your Life. Flower Up wäre eigentlich schon ganz cool. Ist praktisch. Sieht ganz gut aus. Aber ist jetzt auch nicht so der Bänger, weil, ja, es ist halt wirklich wegen den Nutzbäumen, die hier so häufig so ein bisschen random rumstehen. Ich meine, klar muss man die irgendwo haben, aber man kann die noch besser ins Design mit einbinden, als es jetzt hier passiert ist. Ich würde die Zitronenbäume auch hier nicht vor die Mauer stellen, das sieht ein bisschen komisch aus. Weil sonst sieht das gar nicht so aus, als wäre das so ein eigener Bereich. Ja, ich gebe dir für deine Farm eine, hm, ich gebe dir auch eine 3 von 10. Jetzt kommen wir zu Best Icy, Level 362. Hat dir sogar Icy gezeichnet, guck dir das mal an. Ich weiß nicht, ob das ein Spitzname ist oder irgendwas, aber, ja, welche Dekor ist das eigentlich? Ach, die Eisblumen, auch nicht schlecht. Das ist natürlich geil. Das sind hier keine Felder, das sind die Dekorationen aus dem Reservoir. Oh, ein Herz. Oh, die Farm kommt mir sehr bekannt vor. Also mal, Best Icy war auch in der letzten Season dabei. Wollen wir mal kurz gucken hier. Genau, in der letzten Season hat sie 7,5 gekriegt, im Part 42. Ist damit ins Viertelfinale gekommen, aber im Viertelfinale mit 15 Punkten ausgeschieden. Ist natürlich eine solide, gute Farm. Ich kann jetzt auch gar nicht direkt sehen, ob hier was verändert wurde. Also ein bisschen was schon. Ihr schreibt auf jeden Fall auf Details achten. Aber das ist so großräumig, so viele Details gibt es hier halt gar nicht. Okay, Hunde und Katzen haben so einen eigenen Bereich. Pferde, eigener Bereich. Hier die Hasen und Vögel. Pferde nochmal. Das ist auch so eine Art Standard-T-Design, ne? So links, rechts Pferde, oben, unten das. Ja doch, so war das vorher aber nicht. Allein das hier mit dem Halloween, das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Aber das ist neu. Hier hat sie wahrscheinlich die Gebäude hinter versteckt, hinter den Büschen. Ja, was soll ich sagen? Ich finde es gut. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Farm-Design ist, wenn ich meine ganze Farm mit so Mustern vollgestellt habe. Ich meine, das Herz ist groß, das Best Icy ist groß. Das hier ist lang. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu groß ist, das alles. Vielleicht sollte man da so ein bisschen auch noch kompakter werden. Ich meine, klar, das ist ein schönes Farm-Design, aber irgendwie ist mir das dann doch ein bisschen zu groß. Aber ich mache es mir jetzt einfach. Ich finde die Farm schön. Aber ich gebe dir die gleiche Note wie in der letzten Season. Und gucke dann mal, was die Jury im Viertel- oder Halbfinale sagt bei dir. 7,5. Level 144, Tante Käthe. Auch interessant. Also der Anfang hat gerade genauso angefangen wie bei Best Icy, aber endet nicht gleich. Also auch eine sehr, sehr praktische Farm. Auch mit den Bäumen, Büschen hier so ein bisschen getrennt. Ist halt nicht so dekomäßig so schön, dass man da halt viele Punkte für geben kann. Deswegen ist es halt auf jeden Fall nicht gut dekoriert. Es ist halt zu großräumig, da könnte man auch was anderes machen. Gerade mit den Gebäuden hier. Es ist halt viel zu viel Platz ein und sieht auch leider nicht so schön aus. Mit den Tieren finde ich cool, dass sie den eigenen Platz gekriegt haben. Auch hier so einen Schwimmbereich finde ich eigentlich ganz nett. Hier mit den Steinen finde ich auch ganz cool. Finde ich ein bisschen zu viel. Ich weiß noch nicht, was du damit zeigen wolltest. Mit den Steinen. Tiere sind mir ein bisschen zu eng aufeinander. Auch hier die Haustiere. Du bist auf jeden Fall ein Fan von dieser Dekoration. Ich weiß weder, warum die hier stehen, noch warum die hier stehen. Das verstehe ich nicht so ganz. Weil da müssten sie auch hier stehen. Deswegen verstehe ich das nicht so. Aber ich finde es cool, dass du so eine großräumige, praktische Farm hast. Aber für Farmbewerten halt leider ein bisschen zu wenig. Deswegen gebe ich dir für deine Farm eine 3 von 10. Theodors Feuerfabrik Level 106. Er schreibt, ich habe viele Frösche im Bahnhof bei den Tieren. Sie fühlen sich auch sehr wohl. Besonders der kleine Timmy. Den fütter ich immer nur mit dem teuersten Bohnenmus. Ach so. Teuersten Bohnenmus. Entschuldigung. Gib doch gerne mal deine Meinung ab, ob sie sich wohlfühlen oder ob sie sich schon um eine Massentierhaltung handelt. Liebe Grüße, Ariane Jefferson. Okay, ich habe viele Frösche im Bahnhof bei den Tieren. Was für ein Bahnhof. Also entweder der in der Stadt oder hat sie hier im eigenen Bahnhof gebastelt. Weil Frösche sammeln kann man eigentlich nur auf der Farm. Deswegen wundert mich das gerade so ein bisschen. Sollen wir mal in die Stadt gehen? Okay, wir gehen mal in die Stadt. Besonders der kleine Timmy. Also ich sehe hier nicht einen einzigen Frosch. Um ehrlich zu sein. Aber viele Frösche im Bahnhof bei den Tieren. Ach so, hier sind die Frösche, ne? Ach da. Oha, lol. Okay, viele Frösche im Bahnhof bei den Tieren. Sie fühlen sich auch sehr wohl. Besonders der kleine Timmy. Der Fütterich immer nur mit dem teuersten Bohnen muss. Okay. Ja, das ist natürlich ne... Ja gut, die Frösche sind halt einfach dumm, ne? Also eigentlich ist es ja keine Massentierhaltung. Aber eigentlich auch schon. Also es ist eine Massentierhaltung in dem Sinne, weil die alle hier auf einem Fleck hocken. Aber die sind so dumm, die könnten doch einfach hier im ganzen Gehege rumrennen. Die zwei hier sind die schlauesten von allen. Die gehen einfach weg da. Aber die sind ja hier richtig dumm. Die können einfach weghüpfen. Was chillen die denn hier? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Also glasklar, äh, eiskalt, ne, wie, was? Eindeutig keine Massentierhaltung. Da gibt es einen Stempel. Okay. Kommen wir zu deiner Farm. Deine Farm ist sehr praktisch. Ich finde das Standard-Tesign cool. Ausgeglich mit der Molkerei habe ich auch noch nicht gesehen. Finde ich sehr interessant. Ich finde es wieder zu viele Zäune. Zu viele verschiedene. Das ist auch wieder ein Kritikpunkt. Das hier finde ich echt schön gemacht. Aber ich finde es noch ein bisschen zu grün. Hm. Gleichzeitig. Ich finde auch diesen Oktoberfest-Bereich hier schön. Mit den Karotten, mit den Häschen. Häschen da drin. Hier das Tanzbeinschwingen mit der Party. Auch nicht schlecht. Tanzen und Katrens sind auch dabei. Der Bereich hier ist echt nett geworden. Hier, ja, hier sind leider nur die Gebäude so ein bisschen getrennt. Angelbereich-Eingang ist ganz okay geworden. Der passt jetzt aber nicht hier zu den Gebäuden. Das ist ein bisschen schade. Eingang zum Schiff auch gemacht. Hier zu viele verschiedene Wege. Aber ganz cool, dass du bei den Gebäuden so ein bisschen was gemacht hast. Schmelzofenbereich. Kaffeesträucher weg. Das Flugzeug passt da eigentlich auch nicht so ganz hin. Den Garten, hier finde ich ein bisschen komisch mit den Hasen. Dann haben wir hier noch die Gebäude. Bisschen einfallslos. Das hier finde ich schon wieder besser mit dem Garten hier. Dass du hier so einen riesigen Garten gemacht hast. Hier die Felder. So ein kleines, auch mit einer Vogelscheuche dabei. Auch nicht schlecht. Scheune, Silo hier, die Tierchen. Bisschen zu eng für die Tiere, muss ich sagen. Also das komplette Gehege hier. Aber du wolltest ja dieses Standard-Tier-Design machen. Deswegen mussten die Tiere ein bisschen weichen. Aber trotzdem. Ja, hier ein kleiner Park, auch mit den Katzen. Ich finde ihn ein bisschen zu voll. Ich finde das auch ein bisschen zu voll. Und das hier. Ja. Du könntest eigentlich dieses vier zusammen machen. Weniger Deko, ein bisschen übersichtlicher. Und dann noch ein bisschen mehr was für die Tiere machen. Und für die Gebäude. Anstatt da vier einzelne Bereiche draus zu machen. Würde besser aussehen. Ja, und jetzt habe ich ja schon gesagt. Deswegen gebe ich dir für deine Farm, Theodor, eine 4 von 10. Ich gebe dir eine 4,5 von 10. Jetzt haben wir hier eine Farm Hubert und Stahler. Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Ich meine, das wäre irgendeine Serie oder irgendwas gewesen. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher. Was steht hier denn? 70 und dann HU5. Okay. Verstehe ich auch nicht so ganz. Aber egal. Ihr werdet es wahrscheinlich verstehen. 70. Oder ist das hier Hubert und Stahler? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen mir das sehr, sehr bekannt vor. Das hört sich an wie eine Serie. Könnte aber auch was ganz anderes sein. Deswegen weiß ich es nicht so genau. Auf jeden Fall hast du eine sehr praktische Farm mit den Feldern. Hier ist es ganz cool mit dem Zaun. Aber ich finde es hier ein bisschen zu eng, weil du halt Gebäude und Felder hier so auf einen Platz drückst. Dass du da kaum noch Puffer hast für Dekorationen. Bei den Tieren hast du kaum was dekoriert, außer halt ein Weg dahin gemacht. Hier die Haustiere. Bisschen zu eng aufeinander. Den Eingang hier verstehe ich überhaupt nicht. Also die Mauer sieht nicht passend aus. Und warum geht der dann bis zur Mitte? Also das macht irgendwie keinen Sinn. Keine Ahnung, was das hier für ein Logo ist. Aber sieht interessant aus. Dann haben wir hier noch Büsche und Bäume rumstehen. Aber viel Dekoration leider nicht vorhanden, Mr. Hubert. Da kannst du es noch ein bisschen aufbessern. Aber trotzdem, nice Farm. Schön anzusehen. Ich gebe dir eine 1,5. Nächste Farm hier ist Marvin, Level 70. Er schreibt, war schon einmal in Season 4 dabei. Da war ich allerdings noch Level 52. Würde mich über eine neue Bewertung freuen. Hat es damals eine 7,5 von 10. Okay, was ist mit deiner Farm passiert? Habe ich damals so leichte Noten gegeben? Oder was ist mit deiner Farm passiert? Also eine 7,5 ist es auf gar keinen Fall. Also du hast zwar eine praktische Farm, sieht auch echt gut aus. Aber 7,5. Okay, das würde mich echt mal interessieren, ob ich dir wirklich eine 7,5 gegeben habe. Also ich glaube dir mal, aber irgendwie, deine jetzige Farm sieht alles andere aus als eine 7,5. Also das hier finde ich echt cool. Richtig gut gemacht. Hier oben vielleicht ein bisschen zu viele Dekorationen, aber sieht geil aus. Schiffeingang auch gut geworden. Hier bei den Gebäuden finde ich es ein bisschen einfallslos, weil es ein bisschen wenig ist. Einfach nur den Weg dazwischen und umrandung. Und genau, dann haben wir noch so einen Picknickbereich. Finde ich farbmäßig echt gut. Das Tor passt hier nicht so dahin, weil es halt nicht so zu den Farben passt. Dann haben wir die Tiere, aber leider nur mit dem Weg dazwischen. Ein bisschen wenig. Und hier unten, ja, es sieht einfach aus, als hätte es die Deko so ein bisschen zufällig da platziert, außer jetzt hier sind wir am Strand so ein bisschen. Aber da fehlt mir dann auch so ein bisschen die Umrandung oder so dieser Cut von, okay, jetzt steht hier Random Deko zu, okay, hier ist jetzt ein Strand. Das fehlt mir so ein bisschen. Ich meine, man könnte es auch so meinen, weil hier so diese Abtrennung ist, aber die Musikbox, die passt halt nicht so ganz dazu. Klar, es ist Musik auch mal beim Strand, aber irgendwie würde ich mir da noch so eine größere Abtrennung so ein bisschen wünschen, dass man das ein bisschen besser sieht. Und ansonsten halt nur Nutzbäume. Ja, Mario, ich gebe dir für deine Farm, sei mir nicht böse, aber ich gebe dir eine 2,5. Gehöft Sonnengagen Level 107. Was hat hier Gehöft Sonnensang für uns auf Lager? Auch eine sehr praktische Farm und mit großräumigen Dekorationen. Das sieht man wieder direkt. Hier mit den Bäumen, das ist schon wieder so, ja, müssen halt irgendwo stehen. Das hier finde ich auch wieder cool geworden. Ich würde vielleicht sogar noch die Ziegen rauspacken und hier noch ein bisschen mehr auf Deko setzen, dass du die Hühner noch ein bisschen verteilter aufstellen kannst. Aber ist trotzdem geil. Auch hier mit den Hühnern und Eichhörnchen finde ich auch cool. Vielleicht noch einen anderen Zaun nehmen statt den normalen. Ich glaube, ich würde bei beiden den gleichen Zaun nehmen. Sieht ein bisschen besser aus. Dann haben wir die Meerschweinchen, auch schön im Garten sitzend und dann geht das ein bisschen los. Das mit den Feldern hier finde ich auch noch cool. Ich würde noch einen anderen Weg da nehmen, weil der Steinweg da nicht so ganz passend ist. Mit den Randdekorationen hier, das finde ich nicht gut. Die würde ich alle wegmachen, weil warum, wieso, braucht man nicht. Finde ich ein bisschen komisch. Ja, die Tiere ein bisschen zu nah beieinander, aber immerhin noch was dazwischen. Bei den Gebäuden halt ein bisschen einfallslos, einfach das so runterzuziehen. Bin ich kein Fan von, auch mit den Tieren hier. Nicht so ganz die einfallsreichsten Dekorationen. Ich meine, immerhin ist hier was gemacht. Sieht auch nicht so verkehrt aus, aber irgendwie, ja, genau nach dem Bereich, und dann kommt das, sieht das halt so anders, anders wirkend aus. Das Blumenparadies hier finde ich cool. Das sieht echt geil aus. Aber ansonsten, ja, leider nicht so viel gehört, sondern sagen, ich gebe dir für deine Farm eine 4 von 10. Die Deutsche Bahn haben wir jetzt. Und er schreibt, was ist meine Meinung zur Deutschen Bahn? Ja, Deutsche Bahn hat ja einen sehr komischen Ruf. Also ich kann euch nur sagen, dass ich es, ja, also ich nutze die Deutsche Bahn sehr selten, weil ich halt vom Dorf komme, ich muss meistens eh Auto fahren. Aber meine Erfahrung ist halt, die sind immer zu spät. Und meine zweite Erfahrung ist, trotzdem aber besser als nichts. Ja, das ist meine Meinung zur Deutschen Bahn. Ja, hast du hier nicht so viel dekoriert, ey? Viel mit den Honigbüschen, die man sowieso braucht, ist ein bisschen schade. Dieser Schmelzofenbereich, der ist ganz cool. Hier mit den Feldern, finde ich auch ganz cool, auch mit der Bewässerung und mit diesen Gartenwerkzeugen da drin. Da hast du dir auf jeden Fall Gedanken gemacht. Das sieht nice aus. Hier bei den Haustieren, Hühnerzaun passt auf jeden Fall zu den kleineren Tieren. Der Kuhzaun hier bei den Pferden sehr passend. Auch mit dem Pferde-Dekoration hier. Die Gebäude hier alles auf einem Haufen gelegt, das ist natürlich nicht so gut. Aber ansonsten, hast du hier eine solide, gute Dekoration. Kann man nichts Großartiges gegen sagen, außer das, ja, mehr Deko, weniger Nutzdeko. Deswegen gebe ich dir eine 3 von 10. Last but certainly not least haben wir den Aaron. Hat nicht viel dekoriert. Er schreibt, ich weiß nicht, was ich hier schreiben soll, aber ich feiere deine Videos. Dankeschön, Aaron. Das freut mich natürlich sehr. Dekomäßig bist du leider nicht so gut aufgestellt. Ja, der Schmelzhofenbereich ist eigentlich ganz passend. Ich würde den ein bisschen kleiner machen und ja, Bänke brauchst du eigentlich auch nicht, wenn man da sowieso nicht reinkommt. Deswegen ist das schon in der ganzen Ordnung so. Mit den Wegen da hoch ist auch ganz okay. Ist jetzt aber auch leider nicht so viel. Mit den Zäunen hier um die Felder drumherum kann man machen. Hast schon mal so eine gewisse Grundordnung und eine gewisse allgemeine Ordnung hier drin. Deswegen gebe ich dir mal zwei Ehrenpunkte. Ja, zwei von zehn. Obwohl ich gebe dir eine 1,5 von zehn. 1,5 von zehn. Ja, das ist damit, was wir da für Farben bewerten. Wir hatten heute Aaron 1,5 von zehn. Genauso wie Hubert und Staller. Dann Stark Tower, Flow up your life, Tante Käthe, Deutsche Bahn mit 3 von 10. Marvin 2,5 von 10. Dann hatten wir Theodas Feuerfabrik mit 4,5 von 10. Und Tagessiegerin Best IC 7,5 von 10. Wenn ihr auch mitmachen wollt, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Ansonsten gerne mal unterstützt mit Creator Code. Daumen nach oben, Abo da lassen. Haut rein. Ciao.